Wir spielen jetzt ein Lied, das eines der besten Lieder aller Zeiten ist. Ja, das kann man sagen. Auch wenn es eigentlich der erste Song war, den wir je als Band geschrieben haben, besser wurde es dann auch nicht mehr. Das heißt, die Idee ist gut, doch die Welt ist noch nicht mehr. Geh doch mal zum Bahnhof in der sogenannten Frühlingszeit. Ja. 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 Hippeachs Schür, wer das gehört. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht breit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht breit Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht breit Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht breit